So, hallo, willkommen zu SteelSplayFakRines, zusammen mit dir, aber mittlerweile nicht der, ne, äh, Vell. Was? 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 Das nächste Tor wird verschlossen sein. Sie müssen es irgendwie öffnen, damit Vell diese Sektion passieren kann. Wie? Äh, 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 wir haben... Äh, äh, wir haben die Atombombe vergessen. Oh, okay, ich hoffe, das wird, äh, nicht irgendwie zu Problemen führen oder so. Mache ich ja. Guck mal nicht mal wieder um die Atombombe. Ich mein, ich hab sie nicht verbummelt. Ja, ja. Komisch. Ich hoffe, ich hab echt was jetzt mit der Bombe auf sich hat. Kann man da durchschießen? Kann man teilweise. Oh, ich hab fast wieder kein Leben. Hiiii. Au. Du bist so gut wie tot! Baaau. Irgendwie passt die Musik nicht in dieses... ...Gedönse. Au! Wo? Was? Hä? Ach, egal. Vielleicht laden wir jetzt und wir nehmen die Atombombe dann doch wieder mit. Hm. Zu spät. Ich lad wirklich mal lieber jetzt, wo ich tot bin. Was? Nein. Och, nee. Ach, verdammt. Naja, ich darf dich einfach mal überraschen, was passiert. Da drüben. Ja, noch einer. Seien Sie vorsichtig, Jack. Da oben sind ja noch zwei, wie wir bereits wissen. Seien Sie vorsichtig, Jack. Na komm doch. Na komm doch. Ja. Du bist so gut wie tot. Oh, sicher. Wow, der war nice. Einer lebt noch. Seien Sie vorsichtig. Da. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's, ja. Ich sollte trotzdem weiterhin vorsichtig vorgehen. Doch, das sieht clear aus. Die Musik ist auch entspannt. Also. Was, wieso ist die Granate so weit getitscht? Das ist nur so ein einfacher Engine hier. Und der lebt doch relativ viel aus. So, meine Batterie ist fast leer, deswegen, äh. Lass ich die mal aufladen. Äh, Licht verbraucht doch keine Strom, oder? Ne, es lädt weiter auf. So. Ich glaube, es ist leer. Also, das Gebäude ist leer von 2.0, dieser Raum jedenfalls. Das Gebäude wahrscheinlich lange noch nicht. Nö, war er noch nicht. Gut. Merken, keine vorherigen Schlüsse ziehen. Gut. Hey, Leben. Brauche ich aber nicht. Zum Glück. Wow. So. Coolere Fiktion. Rein theoretisch müsste, well, jetzt mit den Gabelschlapper. Wo kommt der her? Oh, ich bin erstens erstaunt und zweitens erleichtert. Jetzt, wenn ich das Spiel jetzt noch speichern würde. Ah, puh. Standbild. Oh, das war's schon da. Gut zu wissen. Muss ich jetzt auch aufmachen? Ich denke mal. Ich mach das schon. Moment. Äh, Axis Restricted. Wo ist das well? Okay, nur noch ein Tor. Sie müssen das Tor zur Mutter gehen. Kann man öffnen. Verpackte komische Scheiße. Zur Mutter gehen oder zur Mutter gehen? Haha. Lustig. So. Ach, da hinten blitzt der ganze Zeit zum Monitor rum. Ich frag mich ganz nett, was passiert da, aber... Alles cool. Nicht, dass das Spiel verpackt wäre oder so. So, ich hab grad schon im Hintergrund ganz leise den Gabelstapler starten hören. Oh, was war richtig hinsetzen? Gut, richtig. Das sind jetzt zwei immer noch nicht, aber egal. Und jetzt? Ähm. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr. Ich kann nicht mehr springen. Ach, das ist noch ein großes Tor. Was ist das für ein Ort? Zu diesem Bereich der Anlage hatte ich keinen Zutritt. Von dem, was ich aus dem Tor überbrach weiß, hat Krieger dort Experimente der Stufe 3 durchgeführt. Stufe 3? Was ich gehört habe, ist Krieger unter Zeitdruck geraten. Er hat sein Trigenserum in alle möglichen lebenden Objekte gespritzt. Ist das Zeitdruck? Was, ist mein Vertragspartner oder so? Doyle, wir sind im Labor. Wah. Okay, Zeit fürs Gegengift. Suchen Sie eine rote Kiste mit einem Warnsymbol. Was? Ach, ich hasse Spritzen. Sie werden eine tolle Mutantin. Spritzen Sie es in den Hals. Oh la la. War schon schlimmer. Los gehen wir. Schwerung, machen Sie die Bombe scharf. Jack, Sie müssen Sie unter allen Umständen beschützen. Sie werden sich nicht verteidigen können. Okay. Sicher ist er nicht richtig und das ist ein Atomreaktor. Falls das irgendwann anfangs erwähnt wurde. Äh, tut es mir halt, wenn ich was gecheckt habe. Weil? Was denn? Folgen Sie mir, Jack. Mach ich. Ah, ich muss dich nur ganz kurz anschubsen. Okay. Okay. Geben Sie mir Deckung, während ich das Ding scharf mache. Okay. Beeilen Sie dich. Wir haben Besucher. Mehrere. Ah, von da kommen die also. Ich hoffe, ich muss nur den Gang sichern, aber... Nee. Nicht nachladen, nicht nachladen, nicht nachladen. Ich will eigentlich eine andere Taste drücken. Nee, das Licht bringt ja gar nichts. Wie läuft es? Idiot. Au. Ich wusste, dass ich jetzt gleich angeschossen werde. War so klar. Das war einfach zu lustig. Ja, dein Schild ist ein bisschen kurz geraten. Und wofür ist dein Schild gar nicht, Profi. Ach, hier. Ach, sag bloß. Oh, da ist Alarm losgegangen. Das gefällt mir nicht. Äh, ich muss hier Welbe schützen. Du bist in Angriffsposition. Bisschen Rüstung holen. Jetzt könnte ich wieder ein Mad-Kit brauchen. Hier wird es langsam ungemütlich werden. Geben Sie mal Gas. Wo ist das? Scheiße. Die hat mich erwischt. Ich weiß nicht, ob das eine Blendgranate war. Nein, es war noch eine Rauchgranate. Geil. Jetzt hat er den Typen abgelenkt. Ha. Nobi-noob. Verdammts. Ja. Nee. Ach, Scheiße. Hahaha. Sie haben mich im letzten Moment gestorben. Na gut, nochmal. Das müsste eine Blendgranate sein. Nee. Das müsste eine auch Granate sein. Oh Mann, keiner mag Besuch. So, kurze Unterbrechung. Aber wir versuchen es weiterhin. Ja, wie läuft es? Ja, wie läuft es? Wer ist denn da? Wer ist denn da? Ihr habt den Befehl, mich hier anzugreifen? Und dann fragt ihr, hm, wer ist denn da? Was sind denn solche Profis? Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört, aber egal. Aber sie haben es ein Voice-Dinger. Ich kann es ja nicht nachmixen. Nicht bei Far Cry. Was zum Fuck? Einer ist glaube ich durchgekommen. Na, komm. Ich habe noch 30 Schuss. Da muss ich nachladen. Na, komm. Komm schon. Na? Na? Jetzt ein Schuss. Ich glaube, da ist einer durchgekommen. Nein. Na, verdammt. Ich wollte nicht nachladen drücken. Ich hatte es geplant, aber ich wollte es nicht tun. Jetzt aber wollte ich nachladen. Oh Gott. Ich habe einen Plan. Ich weiß. Aua, weil ich schieß mir jetzt den Rücken. Ich dachte, Well gibt mir Rückendeckung oder so. Ja. Well. Well. Okay, ich habe alles clear zu sein. Hast du Gott hier aufgemacht? Cool. Okay. Spiel speichern. Sehr schön. Ich habe gerade die Füße gesehen. Da unten. Nichts ist hier los. Siehst du doch. Alles ganz entspannt. Siehst du was? Schnappt ihn euch. Boah, wo kommt die denn her? Ja, ja. Verdammt. Die sind gut. Wir haben Gesellschaft. Du kannst mich mal. Ja. Ja. Du kannst mich mal. Machst du da auf? Nee, gut, nicht. Hier hoch? Oh, das Ding ist mir total wieder ganz. Ich muss nicht auf Well warten, Well ist da. So. Verschwinden sie, Well wird ihnen folgen. Oh, das Ding ist wieder kaputt. Eben war es mich auch kaputt. Ich weiß gar nicht, ob ich darauf eingegangen bin. Ich glaube nicht. Kannst du die aufmachen? Nee, schade. Gut. Ach du Kacke. Wah. Wah. Ich bin wunderschön. Jack. Sehen Sie sich die Zukunft an. Die Natur hat versagt. Einfache Menschen wie Sie sind schon bald überflüssig. Ich habe tausende Jahre der Evolution in ein Reagenzglas gefüllt. Der Stärkste überlebt. Viel Glück! Yo, what? Danke. Interessante Cutscene. Und was macht ihr jetzt mit Val? Oh Gott, bitte nicht das, was ich gerade denke. Wie alt ist dieser Mann? Wie alt ist Val? Oh Gott.